Jetzt sind wir hier angekommen in der Weststadt, hinter mir eine Wand, wir würden uns sehr freuen bezüglich der Gestaltung, direkt am Römerkreis, sehr prominente Lage, wird zu dem diesjährigen Metropolink-Festival von VESA gestaltet, Daniel Figuera, Peruaner, der in Berlin lebt, sehr illustrativ arbeitet und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Untertitelung des ZDF, 2020